Wir sind alle auf der Reise nach Tombstone. Wir haben unterschiedliche Gründe dafür, aber wir treffen uns unterwegs und stellen fest, dass wir alle nach Tombstone wollen. Und es ist eben wie eine klassische Buddy-Komödie. Menschen, die vorher nichts voneinander wussten, treffen durch einen Zufall zusammen und wachsen zusammen zu einer Gang, zu den fünf glorreichen Sieben. Ich glaube, es ist der Traum einer jeden Frau, mal im Passgang zu gehen. Also ich so als Osteuropäerin darf endlich mal sagen, ich muss mich nicht rasieren, ich kann es stehen lassen. Ja, 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 ja.